Der ehemalige Oberstift hat schon da mitgemacht und nachher sind wir hier schauen gegangen. Wir haben gesehen, dass die Rangverkündigung eine riesige Halle voll rufen. Und diese grosse Rangverkündigung, die ich gesehen habe, habe ich gewusst, das will ich auch hier oben sein. Ja, darum habe ich mitgemacht. Wenn ich weiss, was ich machen muss, dann kann ich sehr schnell sein. Dann bin ich extrem schnell. Und ja, manchmal sieht es locker aus. Aber für mich war es nicht locker. Das war eine Herausforderung. Persönlich gefällt es mir, dass man am Schluss sieht, was wir gemacht haben. Das Praktische von Hand. Man wird manchmal auch etwas dreckig. Und dann ist es gerade lustig. Ich habe nie gerechnet, dass es sein wäre. Es war eine richtig spannende Woche hier. Und ich bin jetzt auch noch etwas nervös. Ich kann es auch noch nicht ganz glauben, dass ich gekommen habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.